Hallo meine Freunde, der Sonde! Da sind wir wieder und ja, wir sind hier in der Kluft der Beschwörer, weiter geht's, ne? Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Und ja, Kaiser, das ist ein absoluter Kaiserschmarrn, der Witz muss sein, sorry. Absolut Kaiserschmarrn hier, aber ich denke mal, ja gut, mal gucken wie es auf der Top-Lane aussieht, aber nein. Bot-Lane funktioniert wie immer, denke ich mal, hoffe ich mal. Krass, okay. Du wellige Kotze, kommst du jetzt mal zu? Ne, hä? Achso, warte mal. Amumu ist ja Dings. Scheiße. Sorry. Amumu ist ja Jungler. Und die wellige Kotze, das macht ja gar keinen Sinn. Okay, aber die Bot-Lane nicht gesehen. Ich habe mich gerade, ich denke mal, die wird gediebt worden, äh, awarded haben. Ähm. Schade, dass es nicht funktioniert hat. Okay, kein Problem. Immer wieder gerne Amumu. Mach ich doch gerne. Geh weg von den Kugeln. Mann, anfangen bei League of Legends, der ist manchmal echt scheiße, ne? Ab Level 3 geht's dann los, aber, ne? Obwohl, Level 2 kann man auch, ähm, kommt immer drauf an, was für Gegner man hat. Oh, ich habe getroffen! Was? Was? Ey, ich habe damit nur gerechnet, dass das noch trifft. Ich war schon in, in, in Dings, ja, ins Rückgehen. Alter, ich war wirklich komplett schon im Zurückgehen, ne? Alter, damit habe ich, ja, geil, Alter. Ah, schön. Hab damit halt einfach nicht gerechnet. Und vor allem, dass SUL so unfassbar aggressiv wird. Damit kann man ja auch nicht rechnen, ne? Ja, nicer Scheiß, ne? Muss ich echt sagen, es war, äh, nice. Aber egal, da lassen wir SUL jetzt einfach mal ein bisschen, äh, leveln. Ist auch nicht so schlecht. Und, dann, dann, äh, Schuhe werden wir, äh, auf, ja, Rüstung. Wir gehen auf Rüstung. Oh, Kaiserschmarrn ist immer nur, ne, level 3. Hä? Warte, nee, Kaiserschmarrn gerade noch level 2. Hä? Bin nicht doof. Äh, geil. Ah, schön. Okay. Kann man sich auch mal vertun. Naja. Okay, jetzt haben wir ein Pinky-Trinky. Das heißt, wir könnten mal ein Pinky-Trinky hier und stellen erst mal. Äh, und... Oh, mori! Oh, mori! da es ist der spiel gut aber er spielt unfassbar aggressiv so es ist immer so eine erstmal aggressiv ist immer so nervig soweit jeder irgendwie anders spielt der hat jetzt nicht geflasht oder hätte er jetzt nicht geflasht oder als ob der jetzt geflasht hat gibt es selber nicht oh boy ich würde eigentlich schon gegen kaiserschmarrn gerne reingehen wollen ja ja gut dann hält mir mal dann werden wir aber mal ganz kurz geworden und immerhin wir haben zwei platten bekommen ich wollte eigentlich gerade die ganze zeit bei kaiserschmarrn rein aber ja gut ok warte mal ich nehme mal ganz kurz hier die pflänzlein hat er da jetzt ein pin die rein gestellt aber ich werde ich werde mal ach so der ist ja ok entschuldigung habe ich jetzt nicht so drauf geachtet jo alles klar ok jetzt gehen wir erstmal back machen die schuhe fertig gehen aber diesmal direkt auf die höllenmaske einfach aus dem grund also ich bin auch doof warte mal die höllenmaske ach man ich brauche eigentlich irgendwas was mir gut frosthandschuhe könnte ich gehen ich bräuchte eigentlich irgendwas was mir mana gibt als ob die rausflasht gut das ding machen wir auch kaputt ok den wort da oben hat er auch schon mal kaputt gemacht der es war sehr schön ok jetzt vielleicht haben wir jetzt die chance relativ schnell vielleicht nur eine torplatte zu bekommen ich kriege muss er doch eine könnten wir vielleicht noch bekommen 0 ich würde gerade sagen als ob ok dann kriegt man definitiv jetzt den tower das ist schön die könnten ja obwohl wir könnten sogar auch war doch schlecht also ich war 3000 kilometer von hier entfernt du lappen ich gehe ja schon aber warte mal ich bleib mal kurz hier ok nice beide bekommen power bekommen sehr gut gespielt ja das heißt ja gut dann gehen wir mal ein bisschen auf aggressive items das ist ok das können wir machen schön damit haben wir schon mal die botten ein bisschen geschwächelt oder geschwächt geschwächelt da alles klar bisschen geschwächt das sehr schön oh sehr schön gott like sehr gut gemacht ja gut ne als ob als ob das die alte shop rangel geschwächt hat ok war das echt die alte shop rangel überlebt aber sehr schön somit kann es will erstmal in ruhe form ok ok klubst du selber nie ok 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 Ich habe jetzt gerade wirklich alle Knöpfe gedrückt. Ich habe jetzt wirklich einmal auf die Dings gehauen, einmal auf die Tasse durch gehauen. Oh, das kann man kein erzählen, ey. Okay, aber lustig. Also für mich. Oh, die Dings kommt gerade ganz gut weg. Oh, die hält sich extrem zurück. Wow, Alter, was ist hier los, ey? Aber war lustig, war auch wieder lustig, ne? Ich mag lustige Sachen. Okay. Okay. Gut, alles klar. Schön, dass wir das klären konnten. Der liebe René, ne? Der liebe René. René zu Rotz. Rotze. Okay. 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 Ja, ich habe gut geholfen. Ich habe mich absolut 0,00% getraut mitzumachen. Ich hatte übel Schiss. Hä? In welcher Richtung sollten das gehen? Na geil. Schön. Ah, schön. Nee, aber meinen Mut, ne? Muss man einfach mal loben. Ne? Ich war dabei. Aber es reicht meistens auch schon. Okay. Äh, gut. Können wir jetzt mal auf Höllenmaske. Ich glaube, ich muss mich mal wieder angewöhnen, wirklich mal ein Bild wieder zu nehmen. Äh, wo ich auch ein bisschen Mana bekomme, weil mit Leona hat man extrem viele Mana Probleme. Und ist halt mit Leona gaga. So, dann werde ich mal mitkommen. Ist wirklich gaga mit Leona. Gaga Field. Die Laserbehandlung. Oh, und die Top-Leon, ja, die macht, ne? Okay. Dann werde ich mal hinterher move'n. Die ganze Zeit mit ping'n. Oh, ich komme. Könnte uns, der Move könnte uns, äh. Ja. Obwohl, ist er noch, äh, das gute Ding. Baron ist er noch nicht da. Ich würde gerade sagen, der Move könnte uns killen, aber, ähm, ne, doch nicht. Also. Das erste Licht der neuen Team hat einen Ton. Alter! Nein! Ich möchte das nicht. Okay. Ich gehe mal. mal rein. Ich gehe malußen mit mir, ne? wieder leben aber die bot lane läuft dafür die haben halt jetzt absolut keine chance was gegen dings zu machen gegen rené die können halt das einzige was die machen könnten wirklich komplett aufs lead geben zu hoffen ach so okay es will bernmann gut dann machen wir berwin ja ich komme der rené sollte er gut rené stirbt wenn wir jetzt aber auch nicht darauf warten schon mal gegen hier ich sehe gerade dass die mit lane schon komplett kaputt ist das ist ja schön das ist mir gerade erst aufgefallen die geben auf ja ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann haut rein und tschüss